Ja, und damit herzlich willkommen bei Assassin's Creed. Ich glaube, das war jetzt gerade der letzte Aussichtspunkt in Flori. Da kommt mein nettes Pärtschen wieder angetrabt. Sehr, sehr nett. Und ja, wir haben gerade gesehen, 42 von 73. Das heißt, wir sind echt gut in der Zahl der Aussichtstürme. Ups, da tut mir leid. Und ja, hier gibt es jetzt noch eine Codex-Page, die wollen wir natürlich auch noch haben. Wo geht es mir rein, Mensch? Ich glaube, ich reite da falsch. Ja, ich muss nämlich da hin. So. Ein paar Leute umreiten. Tut mir ja leid, aber hey, die stehen halt manchmal so doof. Da steht ein blöder Baum. Mann, 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 da hätte es aber auch rumkommen können, dieses Pferd. So. Sehr schön. Hier kommst du eh nicht mehr rein. Eigentlich schade. Aber gut, was soll's. Die sind halt irgendwie Pferden nicht erlaubt oder so. Jetzt will ich mal eben gucken. Oh, okay. Für die, die es interessiert mal wieder. Ein bisschen Text zum Lesen. Geschichtlich. Bla, 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 bla. Ich wollte eigentlich zum Map, ist richtig. Okay. Ich will nämlich jetzt erstmal die Codex-Page holen, denn die ist mir gerade ziemlich wichtig. Damit wir mal wieder mit Leonardo etwas quatschen können. Denn sonst hat der ja gar nichts zu tun, der Gute. Der macht ja nichts außer für mich Zeugs. Was ich natürlich nicht schlecht finde. Aber, ja gut. Der muss halt auch irgendwie. Sonst wird's ihm echt zu langweilig. So. Wir reißen hier noch eben das Ding ab. Dann dürften wir schon wieder unerkannt sein. Sehr nice. Und dann geht's schon los. Da hinten zur Codex-Page. So. Ja, ich weiß noch. Hier war ich. Und da hab ich immer gedacht, das wäre hier Venedig. Na gut. Ist aber auch schon einiges her an Parts. Aber, naja. Weiß ich noch. Da dachte ich irgendwie, ach, was ist denn das für eine Scheiße hier? Weil echt, die Stadt ist echt hässlich, muss man mal sagen. Wo ist denn das jetzt hier? Hier ist es doch. Au. Wolltest du meine Scheiße sehen? Ich habe es. Du hast es gewonnen. Und der haut wieder ab. Nö, aber hat auch so geklappt. Sehr schön. Gut, dann müssten wir auf jeden Fall hier mal wieder eine neue Codex-Seite eigentlich zusammen haben, oder? Weil ich meine, jetzt haben wir hier ja schon ziemlich viele. Ja, okay. Gut. Haben wir wieder eine. Das heißt, wir müssen wieder zu Leonardo da Vinci eigentlich. Müsste es sein. Da oben ist so ein Dieb. Weißt du was? Den verfolgen wir mal eben. Die haben wir nämlich auch noch nicht so oft geschnappt, die guten Diebe. Und die sind ja auch schon schnell. Muss man ihn lassen. Nur ich bin halt auch relativ schnell. Und als Verfolger hat man immer den Vorteil, dass man die Leute sieht, die man verfolgt. Oh, Christo. So. There he is. Plageo. Stay back. Shit. Nicht verlieren den guten Typen. Sehr nice. Sehr nice. Schöner Double. Einmal die Wache. Die ich eigentlich gar nicht ausrauben wollte, aber egal. Waren wir gerade dabei. Und der dürfte jetzt relativ gut Geld dabei haben, oder? Naja. Ich bin jetzt nicht so überzeugt, aber gut. Es ist ein Ort. 500 ist immerhin besser als nichts. So. Wir machen hier noch eine Beat-Up-Mission, weil wir gerade daneben stehen. Und die eigentlich immer relativ einfach sind. Au. Medizin, bitte. Wo ist er denn? Wo ist er denn die Beat-Up-Mission? Auf der anderen Seite, oder was? Na, Mensch. Da ist ein Medizinmann. Das auf jeden Fall sehr gut. Einmal bitte heilen. Denn irgendwie hat die Medizin nur die Hälfte gebracht. Und das einmal auffüllen. Dankeschön. Das ist es. Komm zurück, irgendwann. Sehr liebenswert. Ja, die sind echt praktisch, die Medizin-Männer. So, guten Tag, arme Frau. Es ist gesagt, dass du oft helfen kannst du die kommunalen Leute. Können wir dich fragen, dass ich einen Schönen von meinem roten, adulterenden Schönen von einem Mann abklappen? Ja, klar. Kannst du fragen. Machen wir nur nicht. Natürlich machen wir das, gute Frau. Das machen wir doch ohne zögern. So, aber erst reißen wir das Ding hier ab. Denn, ja, das nervt uns immer schon ein bisschen. So, das war unnötig, dass ich da hochgelaufen bin. Ich gebe es zu. Einmal kurz gucken, wo der gute Mann ist. Oder der schlechte Mann. Oh, wie schön ich da durchgerannt bin. Okay. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Einmal schon die Faust auswählen. Nicht, dass wir ihn aus Versehen zusammenkloppen. Äh, nicht zusammenkloppen. Das wäre ja gut. Nicht, dass wir ihn aus Versehen töten. Das wäre natürlich nicht so gut. So, die geben sich aber auch keine Mühe hier irgendwie die Sachen so zu bauen, dass man es kapiert. Da, auf ihn! Ich habe ihn! Hilfe! Ich habe große Metallarbeit hier. Ich habe keine Mühe hier. Ich habe keine Mühe hier. Schade! Okay, du weißt was, sie ist richtig. Ich bin ein besserer Mann. Ich gehe jetzt nach Hause. Okay, gut, schon wieder jemandem geholfen. Habe ich gerade Geld gekriegt eigentlich schon, oder nicht? Ah doch, jetzt gerade. Nun gut. Auf jeden Fall, jetzt würde ich sagen, es ist Zeit für das vierte. Für das vierte Assassinen-Grab. Denn jetzt sind wir gerade hier. Warum denn nicht? Irgendwann muss man es ja auch machen. Müssen wir nur gucken, wo das gute Ding ist. Wie die das nicht bockt, wenn man nebendran läuft, aber... Sobald man da irgendwie... ...denen zu nahe kommt, kriegt man gleich auf eins auf die Mütze. Aber gut. Das ist die Logik von den netten Herren. Die haben einfach keine. So, da kommst du noch hoch, oder? Ja, ich bitte dich. Ach, Mann. Ja, ist ja gut. Ich habe gesehen, dass es da nicht lang geht. Sehr schön. Gut. Wo ist denn das jetzt, dieses Ding? Obendrauf? Ne, das kann ja eigentlich nicht sein. Müsste hier... Ach, da ist es doch. So, einmal fallen lassen. Das war knapp, hat aber geklappt. Okay. Ach, das ist wieder eine Wand, die sich wegschiebt. Auch nicht schlecht. Okay. Sehr schön. So, okay. Nummer vier, würde ich sagen, wird jetzt langsam, aber sicher... in Angriff genommen. Okay, bin mal gespannt, was jetzt hier ist. Ja, der Anfang ist immer ziemlich unattraktiv, würde ich mal behaupten. Aber sieht auch alles machbar aus. Ähm... Ja, klar, machen wir doch. Sonst wären wir nicht hier reingegangen, würde ich sagen. So. Jetzt bin ich nur leider wieder ganz gefürchtet oder ganz gesucht, besser gesagt. Äh, wie soll ich noch hoch? Ach, da. Ist nicht so ein Ding. So, sehr schön. Oh, shit. Ne, das war nicht so schön. Hätte ich mich doch erst umgucken sollen. Na gut, kann man ja nicht wissen, kann man ja nicht wissen, dass es da nicht lang geht. Doch, könnte man wissen. Aber egal, hab ich nicht gewusst. Das war echt nicht intelligent, guter Mann. Wie oft der einfach nicht auf einen hört. Alter, ich will doch nicht da lang. Hey, Moment mal, warum eigentlich nicht, ne? Deswegen gleich. Mann, was ist denn das? Hat doch vorhin so gut geklappt. Aha, okay, gut. Mit der Taste klappt's dann auch. Jetzt muss ich nämlich da rüber, okay. Ist ja gut, Uhr ist ja gut. Musste ich jetzt nicht so aufregen. Ist gar kein Grund zu. Denn ich will auf jeden Fall den ersten Teil hier noch schaffen. Ja, perfekt. Und was gibt's jetzt hier Schönes? Ja, hallo. Ach, das ist wieder so ein komisches Zahnradding, was voll keinen Sinn gibt, ne? Oder? Gibt es denn? Ja, doch, vielleicht sogar schon. Wie? Okay, da muss ich mich ziemlich beeilen. Und ich würde sagen, aber das machen wir nicht. Ist mal uns wieder beeilen. Denn das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.